Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wie schon angekündigt das 30 Fakten Video über mich. Fangen wir auch direkt mal an. Mein Name ist Zoe und das sage ich jetzt hier nur, weil es viele Menschen gibt, die den Namen falsch auspressen, wie zum Beispiel Zoe oder Sui und das möchte ich hier vermeiden. Ich wurde am 11. Juni 1999 geboren und bin demnach 15 Jahre jung. Meine Eltern sind geschieden und momentan sitze ich in meinem Zimmer bei meinem Vater. Ich habe außerdem einen großen Bruder, der 19 Jahre alt ist. Ich komme aus dem Saarland. Ich bin momentan Klassensprecherin in der 8. Klasse eines Gymnasiums. Mein Lieblingsfach ist schon seitdem ich auf dem Gymnasium bin, Mathe. Ich bin der 7. Klasse sitzen geblieben, das nicht weil ich zu blöd war, sondern weil ich schlicht und einfach zu faul bin. Ich bin Vegetarierin. Wir haben eine Katze und einen Kanarienvogel als Haustier. Ich mache Leistungsturnen. Ich habe keine beste Freundin, aber einen besten Freund. Ich liebe es, YouTube-Videos zu schauen, egal ob Comedy, Beauty oder Let's Play. Ich lese unglaublich gerne Fan-Fictions über YouTuber. Mein Lieblingsbuch ist Default in Our Stars. Meine Lieblingsfilme sind Cyberbullie und Für Immer Liebe. Ich habe, wie man vielleicht auch erkennen kann, eine Zahnspange. Ich habe seit meinem 13. Geburtstag ein Bauchnabel-Pilsing und einen Tunnel im linken Ohr. Wenn ich 16 bin, möchte ich unbedingt ein Tattoo haben. Ich habe seit ca. einem Monat bunte Haarspitzen. Ich liebe es, Pullis zu tragen. Ich verreise unglaublich gerne und ich liebe lange Busfahrten. Ich dusche immer richtig lange, weil ich dann über mein ganzes Leben nachdenke. Ich will mal mit einer guten Freundin nach Köln ziehen und dort Psychologie studieren. Ich lasse mich immer super leicht abdenken, egal was ich mache.